BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Christian, das war eine dritte Ausgabe für Sie in der Euroleague. Wie war es für Sie? Es ist immer toll, diese Fans zu spielen. Sie haben die Möglichkeit, den Trainer zu haben. Es ist ein tolles Gefühl, hier zu spielen und für ein tolles Team zu spielen. Was ist Ihr Resümee wegen des Ergebnisses? Liverpool ist ein tolles Team. Wir sind glücklich mit einem 1-1. Wir müssen jetzt einfach nach Liverpool gehen und versuchen, den Wunsch zu bekommen. Was macht es so schwierig, heute zu erreichen? Ich bin nicht sicher, was es war. Es war einfach nicht unser Tag, um wirklich zu spielen. Aber ich weiß, dass es kommen wird. Wir sind bereit für das nächste Spiel. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.